Guten Morgen! Guten Morgen! Mein Name ist Manuel Neuer und ich arbeite bei einem großen Softwareunternehmen als Softwareprüfer in München. Ich erstelle seitdem Prüfpläne und auch Prüfprotokolle. Ich bin hier zufrieden in der Gruppe und ich mache das gerne und das zieht sich jetzt über die letzten drei Jahre hinweg. Und ich freue mich hier zu sein und ich bin wirklich in München angekommen. Ich stehe um 7 Uhr auf und um 7.30 Uhr kommt auch schon der Bus, da muss ich mich natürlich beeilen. Seminare sind von der Handelskammer vorgegeben und ich bin jetzt jemand, der sich vielleicht eine Dreiviertelstunde wirklich gut konzentrieren kann. Aber die letzte Viertelstunde, die packe ich einfach manchmal nicht und dann werde ich schon ziemlich müde. Gut, erstmal ist es natürlich schön, dass wir ein gemeinsames Hobby hier unter den Kollegen gefunden haben, was uns allen Spaß macht. Und dann ist es auch schön, natürlich nach der Arbeit zusammen nochmal einen Sport betreiben zu können. Es gab sogar tolle Turniere, die wir bestritten haben und wir haben im letzten Jahr sogar das Triple geholt. Mit meinen Arbeitskollegen schaue ich am Wochenende Fußball und ich bin Fußballtorwart gewesen, hatte eigentlich auch die Voraussetzungen, hatte die Größe, hatte auch, glaube ich, die Schnelligkeit und Sprungkraft. Ich glaube, wenn ich es wirklich probiert hätte, dann hätte ich es auch schaffen können, Profitorwart zu werden. Wer es nicht probiert, wird es nicht erleben. Probier echten Geschmack, null Zucker, null Kalorien. Probier Coke Zero und erleb, was möglich ist. Hol dir jetzt die Bundesliga-Edition von Coke Zero. Untertitelung des ZDF, 2020